Charakterrollen mit Sexappeal hat Jennifer Lawrence schon öfters angenommen. Jetzt hat die atemberaubende Schauspielerin auch noch die Rolle der Sexiest Woman in the World auf der Top 100 Liste des FHM Magazins übernommen. Der 22-jährige Hunger Games Star hat gleich 19 Plätze in der Rangfolge gut gemacht und damit Mila Kunis die Krone gestohlen, die 5 Plätze nach unten gerutscht ist auf Platz 6. Der zweite Platz geht an die 26-jährige Britin Michelle Keegan. Andere Pommes, die es in die Top 10 der Sexiest Woman in the World geschafft haben, sind Rihanna, die einem Platz zurückgefallen ist, die bezaubernde Beyoncé und... ...Johansen. Nun warten wir alle darauf, dass Jennifer ihren Nummer 1 Platz gebührend feiert. Vielen Dank.